Da bin ich wieder. Ich habe gerade einen kleinen Overnighter hinter mir. Und in der Gegend, wo ich hier bin, gibt es noch ein paar verlassene Anlagen vom US-Militär. Und da ist eine alte Funkanlage. Und die wollte ich mir immer schon mal anschauen, aber wie gesagt, ist halt nicht um die Ecke. Und dann nehme ich doch die Gelegenheit wahr, wenn ich doch schon mal in der Gegend bin, dann fahre dort hin. Und was ich auch jetzt die Tage herausgefunden habe, die wird jetzt wohl dieses Jahr abgerissen. Und deswegen Gelegenheit nochmal nutzen und vorbeigehen. Klasse. 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 Es war je nach Schallschlinger Sehr geil Wahnsinn was hier zerstört worden ist Okay hier ist scheinbar die ganze Decke runter gekommen Hier hat es gebrannt Und nicht unerheblich Okay Also da ist noch was im Betrieb Das finde ich jetzt krass Jo das ist definitiv noch im Betrieb Und das da Sieht auch nicht so Alt aus Okay von hier dem Gelände gehe ich besser runter Das ist scheinbar wirklich noch im Betrieb Okay Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein riesiger Raum Scheinbar war er immer so hoch, war kein Zwischendecker drin Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Damit sind wir am Ende dieser Tour angelangt, ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, ein paar Lost Places habe ich noch im Petto Ich werde mir jetzt noch ein bisschen was zu essen machen, das seht ihr dann aber in einem anderen Video, weil ich da noch was vorstellen will Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald und ciao!